Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Nicht geschaffen eines Wissens mit dem Vater, und dem alles verschaffen ist. Der Wille ist für uns Menschen und um unser zweites Willen um Himmel herabgestiegen. Und er hat gleich gebrochen durch den Heiligen Geist aus Maria, da der Jungfrau, der geworden ist. Bekreuzigt wurde er sogar für uns. Durch Patius Pilatus ist er gestorben und begraben worden. Und ist auferstanden am dritten Tag, im Netz, im Netz, der schrieb ist. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitze zur Rechten des Waffens. Und er wird wiederkommen, wird wiederkommen mit Herrlichkeit. Und sein Reich wird ein Ende haben. Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herr und Leben ständet. Der Frau, Vater und vom Sohn aus geht. Er bringt den Vater und dem Sohn zugleich. Angebetet und zugleich. Verwärmlicht wird. Ich glaube an die Heilige Kirche. Ich bekenne. Ich bekenne eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich bekenne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.